Eis, wenn die Welt gefriert Von Sandra Bäumler aus dem Drachenmond Verlag Kapitel 1 Stechender Schmerz riss Adam aus traumlosem Schlaf. Sein Arm pochte, Adrenalin schoss durch den Körper, das Herz beschleunigte von 0 auf 100. Wild hämmerte es gegen den Brustkorb. Der widerliche Geruch von verschmorten Kabeln schlug ihm entgegen. Blinzelnd hob er die Lieder. Sofort attackierte beißender Rauch seine Augen. Tränen quollen hervor, die Umgebung verschwamm. Ätzender Gestank raubte ihn den Atem, giftiger Dunst brannte in der Kehle. Er hustete sich die Lunge aus dem Leib. Es dauerte Minuten, bis er sich wieder im Griff hatte. Seine Muskeln begangen unangenehm zu kribbeln. Der Kopf fühlte sich an, als wäre er ausgestopft. Wo verflucht war er? Er hob die Hand, aber die kam nicht weit. Etwas hielt sie fest, genau wie den Oberkörper und die Beine. Was zum Teufel war hier los? Auch den anderen Arm konnte er nicht bewegen. Das Kratzen in seinem Hals ließ nicht nach, doch ihm gelang es, den nächsten Hustenanfall zu unterdrücken. In seiner Ausbildung hatte er gelernt, dass es überlebenswichtig war, so schnell wie möglich fremdes Terrat zu sondieren. Obwohl das taube Gefühl in seinem Kopf es ihm nicht leicht machte, riss er sich am Riemen und nahm seine Sinne zusammen. Jeder Muskel brannte, als stünde er in Flammen. Schweiß perlte über die Stirn. Es fiel Adam schwer, sich zu konzentrieren. Er stand in der senkrechten, hektisch blinkende Lichter blendeten seine gereizten Augen. Allmählich erkannte er Rohre und Leitungen. Sekunden später entdeckte er die Ursache des Rauches, das aus dem Inneren eines gerissenen Rohres strömte. Der Raum schien nach rechts zu kippen. Anschließend spürte Adam eine Erschütterung, als wäre beschleunigt worden. Zur Hölle. Er befand sich in einem Raumschiff. Sein Blick glitt nach unten. Genauer gesagt in einer Stasis-Kapsel, deren Glasabdeckung zersprungen war. Splitter bedeckten seinen Körper und der Arm pochte schmerzhaft. Adam betrachtete die fingerlange Scherbe, die aus seinem Oberarm ragte. Zischend sogar die Luft ein. Verflucht, er konnte sich nicht rühren. Das Ding würde er wohl nicht so schnell loswerden. Mit den Seitenwänden der Stasis-Kapsel verbundene Fesseln umschlossen seine Handgelenke. Elektronisch gesicherte Haltebügel um Brustkorb sowie Oberschenkel quetschten in eine dem Oberkörper angepasste Mulde und irgendetwas lag an seinem Hals. Wieder wurde das Schiff durchgeschüttelt. Er presste die Lippen zusammen, doch ihm entwich ein Stöhnen. Das verdammte Teil musste so schnell wie möglich aus seinem Arm. Sein tränenverschleierter Blick suchte nach anderen Menschen, aber die restlichen fünf Kammern waren leer. Wer auch immer ihn hier eingesperrt hatte, sollte sich warm anziehen. So einfach ließ Adam seinen Arsch nicht auf die Marsstation Eternitas verfrachten. Nur über seine Leiche brachte man ihn dorthin zurück, um einen willenlosen Zombie aus ihm zu machen. Oder Schlimmeres. Der Crew, die das Schiff steuerte, würde er mit Vergnügen sämtliche Knochen brechen. Die wussten augenscheinlich nicht, welchen Gast sie da transportierten. Das wollte er ändern. Aber zuerst war es wichtig, seinen verletzten Arm zu versorgen, und dazu musste er aus der Kapsel raus. Bloß wie? Im Moment sah er keine Möglichkeit, wie er die verdammten Fesseln loswerden sollte. Adam schloss die Lieder, um seinen gereizten Augen eine Pause zu gönnen. Er wurde nach unten gezogen, hatte das Gefühl, seine Gliedmaßen wären aus Blei. Offensichtlich gab es Probleme mit der künstlichen Schwerkraft. Glücklicherweise ließ das Brennen der Muskeln langsam nach. Das waren mit Sicherheit die Auswirkungen des Kälteschlafs, in den ihn seine unbekannten Entführer versetzt hatten. Was konnte passiert sein? Er erinnerte sich an eine schäbige Weltraumspielunke, dann Dunkelheit. Und nun wachte er hier auf. Hinter ihm ertönte ein ohrenbetäubender Lärm. Sein Körper wurde von der Wucht einer Explosion gegen die Haltebügel gepresst. Funken sprühten, die Elektronik versagte. Die Bügel sowie Handschellen sprangen auf. Er verlor den Halt und landete unsanft auf den Knien. Beim Aufprall bisser sich auf die Unterlippe, schmeckte Blut. Mit dem Handrücken wischte er sich über die Lippen. Wenn er den Piloten finden sollte, würde er sich für den angenehmen Flug bedanken. Das Schiff begann zu schaukeln. Adam krachte gegen eine Wand. Ihm blieb für einen Augenblick die Luft weg. Seine aufgrund des Kälteschlafs tauben Gliedmaßen machten die Sache nicht einfacher. Mit zusammengebissenen Zehen zog er sich an einem Rohr hoch. Glück im Unglück. Adam war neben einer Luke gelandet, hinter der die Notfallrucksäcke aufbewahrt wurden. Auf der linken Seite verbarg eine mannshohe Tür laut Aufschrift Schutzkleidung. Wahrscheinlich für eine eventuelle Evakuierung der Stasis-Kammern. Adam schenkte der Luke mit Notfallgepäck seine Aufmerksamkeit. Denn neben Instant-Nahrung beinhaltete dieses für gewöhnlich medizinisches Zubehör. Der verfluchte Splitter musste aus seinem Arm raus. Das Blut quoll aus der Wunde und tropfte auf den Boden. Der Rauch raubte ihn den Atem. Erneut brachte eine Explosion den Raum zum Beben. Mit festem Griff umklammerte Adam das Rohr. Verdammter Mist! Jemand schoss auf das Schiff! Adam riss die Luke auf und schnappte sich einen der Metalltonister. Er öffnete die vordere Klappe des Kastens. Wie vermutet, fand er ordentlich einsortiert Nahrung sowie ein Medical-Set vor. Er presste die Kiefer fest zusammen. Trotzdem konnte er einen Aufschrei nicht unterdrücken, als er mit einem Ruck die Scherbe aus dem Arm zog. Blut sprudelte aus der offenen Wunde. Diese behandelte er mit einem chirurgischen Leser, der tiefere Verletzungen behob. Abschließend verlötete er den Riss mittels eines Regenerators. Schweiß durchnässte sein T-Shirt. Adam spürte ein leichtes Vibrieren des Schiffes. Dann begann es zu summen. Er kannte dieses Geräusch. Die Maschine sprang in den Hyperraum. Noch bevor er sicheren Halt fand, wurde er von den Beinen gerissen, durch den Raum geschleudert und landete in der zerstörten Stasis-Kapsel. Die Scherben knirschten beim Aufprall unter seinem Körper. Jedes einzelne Glied schmerzte. Wenn sich jetzt so ein verdammter Splitter in seinen Rücken gebohrt hatte, würde er dem verfluchten Piloten die Kehle damit aufschlitzen. Falls das Schiff es lange genug machte, dann es knarrte wie eine altersschwache Fregatte auf dem Weg zur letzten Ruhestätte. Echtzend kam Adam auf die Beine und schüttelte sein T-Shirt, um es so von den Scherben zu befreien. In seinem Rücken spürte er nichts, er hatte dieses Mal anscheinend Glück gehabt. Zeit, der Crew einen Besuch abzustatten. Durch den Sprung in den Hyperraum war es der Schiffsbesatzung wohl gelungen, ihre Angreifer abzuschütteln. Der Beschuss hatte aufgehört. Adam schritt zur Tür, die sich natürlich nicht wie eigentlich vorgesehen automatisch öffnete. Er trat gegen den Deckel eines Kastens, der einigen Stößen widerstand, bevor er abfiel. Anschließend legte er den Hebel um, wie durch Geisterhand glied die Tür auseinander. Vor ihm lag ein schmaler Gang, dem er folgte. Das bleiartige Gefühl verschwand, die künstliche Schwerkraft funktionierte wieder. Angespannt lauschte er auf jede Regung, inhalierte die Luft, die wesentlich angenehmer war als in der Stasis-Kammer. Aber es waren keine Feinde zu hören oder zu wittern. In dieser Region des Schiffes schien er allein zu sein. Zum Glück wurde seine Sicht besser. Das Brennen der Augen ließ nach. Zielstrebig lenkte Adam die Schritte in Richtung Cockpit. Er schluckte, wie schon nach dem Aufwachen spürte er wieder das unangenehme Etwas in seinem Hals. Bevor er ertasten konnte, was das war, schrillte plötzlich der Schiffsalarm. Eine monotone Computerstimme warnte vor der in 20 Sekunden bevorstehenden Detonation der Plasmaquelle. Wenn sich Adam nicht irrte, befand er sich in einer V20 und dazu in der Nähe des Antriebs. Jetzt waren es noch 15 Sekunden. Sein Puls beschleunigte sich. Er rannte in den Stasis-Kapselraum zurück. Hoffentlich funktionierte die Eindämmungstechnik noch. Ansonsten war's das.